Hey und herzlich willkommen zu Part 16 von Let's Play The Sims 4 See The World Challenge. Wir sind wieder zurück mit unserer wunderbaren Family. Mit Crystal, mit Daya Damon und mit Kalia in Strangerville. Und im letzten Part ist es ganz schön prekär geworden, Leute. Es wurde ernst. Denn Crystal hat es tatsächlich geschafft, die Schlüsselkarte zu besorgen. Und anschließend waren wir in diesem Geheimlabor in der unteren Etage und waren nur noch mehr verwirrt, was da vor sich geht. Und zwischenzeitlich war Crystal auch zweimal so ein bisschen besessen. Und einmal davon hat Damon sie erwischt und war mega sauer. Es gab einen Riesenstreit. Es gibt eine super angespannte Situation zwischen allen dreien irgendwie. Also Kalia und Crystal sind aneinander geraten. Crystal und Damon sind aneinander geraten. Damon war enttäuscht von Kalia, dass sie Crystal hat einfach rausgehen lassen mitten in der Nacht. Und es war einfach eine schwierige Zeit. Allerdings war es für Crystal sehr aufregend. Denn sie ist um einiges eben weitergekommen bei der Lösung des Rätsels von Strangerville. Und im letzten Part sind auch ein paar neue Nachbarn eingezogen. Die aber theoretisch nicht neue Nachbarn sind, weil Crystal die neue Nachbarin ist. Aber es sind auf jeden Fall neue Leute eingezogen. Und ich freue mich sehr, wenn wir sie vielleicht in diesem Part heute kennenlernen. Ansonsten werden wir natürlich jetzt fleißig weiter rätseln. Ich hoffe sehr, dass es euch immer noch so viel Spaß macht. Mir nämlich auch. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei diesem Part und let's see go. Also hier haben wir unsere wunderbare Crystal. Das schönste Sim EU-West. Na, kann ich nicht so sagen, weil dann würde ich meine anderen Sims auch unter den Teppich kehren. Aber das meine ich natürlich gar nicht, weil alle meine Sims sind schön. Nein, aber ihr seht schon, Crystal ist super wütend, weil sie eben dieses Gespräch mit Damon hatte. Und Damon und Kalia sitzen jetzt auch hier auf dem Sofa und sind irgendwie alle ziemlich verzweifelt. Also ihr merkt schon, die Stimmung ist sehr angespannt. Bei allen. Das ist irgendwie auch ziemlich witzig, dass ich genau hier jetzt gerade anfange, wo alle so ein bisschen so, ja, gar nicht so wissen, wo hinten und vorne ist. Allerdings hat Crystal jetzt natürlich gleich Schule. Sie hat ja letzte Woche so ein bisschen noch Larifari-Unterricht gehabt, weil Damon immer so gesagt hat, ja, komm, bleib zu Hause, ist nicht schlimm und so weiter. Aber gerade jetzt nach dem Streit wird er natürlich sagen, hey, du machst hier nicht, was du willst, du gehst jetzt zur Schule. Deswegen muss sie sich natürlich darauf vorbereiten, ihr geht es aber ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob sie die Hausaufgaben gemacht hat, aber ich meine mich zu erinnern, dass sie, uh, sie kann sogar Hausaufgaben nachholen und Zusatzaufgaben noch machen. Ich würde sagen, dann macht sie das vielleicht noch, weil sie halt jetzt in der Schule so ein bisschen nachlässig war. Und vielleicht haben wir ja Glück und wenn wir gleich auf Freunde finden drücken, dass wir dann die Sims kennenlernen, die wir eben hier in der Stadt extra platziert haben. In der Story von StrangerVille müssen wir jetzt Sporenhaufen sammeln. Dafür brauchen wir aber erst einen Infektionsscanner. Dafür müssen wir dann nochmal in die Bar und die Militärleute befragen. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig für uns, weil das uns in eine gewisse Gefahr bringt. Und gerade jetzt nach dem Debakel mit Damon und so weiter müssen wir natürlich ein bisschen, ja, sagen wir mal, den Ball flach halten. Sie hat jetzt ja auch eine Stimmung Schatten der Schadenfreude wegen Verbitterung gegenüber jemandem, der sich schlecht fühlt. Also sie hat ja, wie gesagt, ein bisschen schwierige Zeit jetzt mit Kalia. Also wenn wir draufdrücken, es ist rot. Es ist rot und Crystal wünscht sich, glaube ich, gerade nichts mehr als einfach mit ihrem Bro alleine zu sein und in die Schule zu gehen. Los, geh zur Schule. Wir haben auch gerade die Info bekommen, dass die Schlupfzeit der Schildkröten beginnt, wo ich mir vorstellen kann, dass das auch eine besondere Zeit immer für Kalia ist, weil sie ist ja gebürtig aus Sulani und hat das sonst jedes Jahr eben miterlebt. Und das ist jetzt das erste Jahr, wo sie das eben nicht erlebt. Und deswegen ist sie natürlich auch ein bisschen angespannt und traurig. Und dann eben noch die ganze Situation hier zu Hause. Das ist für sie einfach alles ein bisschen belastend. Aber sie hat ihren Vorsatz. Was war das denn jetzt? Sie hat ihren Vorsatz erfüllt. Meine Kamera wurde da gerade hingebeamt. Ich weiß nicht genau, warum. Aber ich sehe schon, hier fliegen jetzt überall so Sachen rum. Also ja, ich glaube, es wird auf jeden Fall Zeit, dass wir dann, wenn Crystal aus der Schule kommt, uns da mal umschauen. Aber wir werden jetzt mal auf Freundschaften schließen drücken, damit sie dann vielleicht die Zwillinge kennenlernt. Wir haben ja im letzten Part eben eine Familie platziert. Ich glaube, Isaiah und Tara hießen die. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, ungefähr so waren die Namen. Und ja, sehr, sehr spannend. Oh mein Gott, er hat keinen Bock auf Kalia. Oh, das ist natürlich auch eine besondere Situation. Denn es war ja die ganze Zeit so, dass er eher so der In-Love-Boy war. Und jetzt denkt er sich so, hm, gar keinen Bock gerade drauf. Er möchte auch jemanden umarmen, aber eben auch nicht speziell Kalia. Was ja auch immer sehr, sehr interessant ist. Also ja, ich lasse die zwei einfach mal plaudern und gucke mal, wo der Weg hinführt. Ich finde das nämlich immer super interessant, was das Spiel dann da so selber generiert. Ansonsten haben wir ja im letzten und im vorletzten Part angefangen, mit Damon Gelegenheitsjobs zu machen. Was ja auch mehr oder weniger gut geklappt hat. Ich habe das da noch ein bisschen verkackt. Aber wir können ja mal gucken, was es heute für Jobs gibt. Vielleicht gibt es ja nochmal was, was er gut machen kann. Ich hatte ja dann da so aus Versehen einen ausgewählt, wo er halt nach Solani reisen muss. Und bei dem anderen hat er dann aus Versehen auch nur einen Stern bekommen. Naja, ich würde ja sagen, ist ja auch nicht meine Schuld, oder? Ihr seht schon, das ist auch rot. Heute ist alles hier ein bisschen rot. Also es gibt einmal dumm oder diskret. Dafür brauchen wir Level 2 der Sternfähigkeit. Das heißt, nein. Bezahlte Strandreinigung und Kistenpacken haben wir ja schon mal gemacht. Das ist eigentlich ganz cool. Guckt mal, eine Aufgabe vom Cash Money. Und er zahlt natürlich gut. Cash Money zahlt natürlich gut. Gutes Geld. Aber ich glaube, wir gehen nochmal Kisten packen, weil das ist das Einzige, was wir eben machen können. Ohne dass da viel Aufmerksamkeit um uns gebracht wird. Und deswegen, ja, machen wir das mal. Dann kann er da gleich noch hindüsen und wenigstens ein bisschen Geld verdienen. Und wenn er wiederkommt, dann hat sich die Situation ja vielleicht auch ein bisschen beruhigt. Ach du heilige Scheiße. Was ist das denn? Das ist ja widerlich. Kommt das im Bad? Oh Gott, ich hasse es. Das ist ja schrecklich. Oh mein Gott. Oh, wir haben ja auch Rechnungen. Das ist natürlich äußerst kritisch, weil wir haben kein Geld. Aber wir kriegen das schon hin. 40 Simoleons haben wir noch. Wow. Es läuft bei uns. Und Kalia verbringt ihren lieben langen Tag damit. Einfach nur hier ein bisschen im Bett rumzulegen, über den Tag nachzudenken und ja, darüber nachzudenken auch, ob das alles das Richtige für sie war. Und wie sehr sie ihre Familie vermisst und wie sehr sie die Schildkröten vermisst. Sie googelt wahrscheinlich gerade nach einer Live-Übertragung vielleicht im Internet, wo sie die Schildkröten beobachten kann. Und ja, es ist einfach irgendwie ein bisschen traurig auch zu sehen, wie schlecht es ihr hier geht und dass es einfach irgendwie nicht das ist, was sie sich so vorgestellt hat. Jetzt geht es um die schmerzenden Beine. Also es ist für sie alles einfach ein bisschen schwierig. Und in dieser Situation, Crystal hat Alina getroffen, großartig, in dieser Situation fühlt sie sich jetzt eben so schwach und wird einmal ihre Mom anrufen. Familiäre Plauderei am Telefon. Und sie erzählt ihr, ja, wir schreiten uns viel. Es ist irgendwie alles anders, als ich gedacht habe, weißt du. Und ich vermisse euch. Ich vermisse Sulani. Ich dachte, ich will die Welt sehen. Aber irgendwie ist es alles nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und Crystal und Damon, die müssen sich bedeckt halten. Und naja, dadurch bin ich auch fast den ganzen Tag nur zu Hause. Hier, wo wir sind, dort gibt es kein Wasser. Ich kann nicht im Meer schwimmen. Und Mom, ich habe mir das einfach irgendwie alles anders vorgestellt. Und naja, ich vermisse euch. Und dann legt sie auf. Und sie hat in der Leitung natürlich die ganze Zeit einen Knacksen gehört. Und jener, der Breaking Bad und Better Call Saul und andere Serien geguckt hat, weiß, dass, wenn es knackt in der Leitung, dann wird es abgehört. Und deswegen heißt es, dass Kalia die beiden natürlich sehr gefährdet. Aber das ist ihr nicht bewusst. Sie macht jetzt noch ein Nickerchen. Und das ist alles, was ihren Tag erfüllt. Und wir haben einen erneuten Misserfolg. Das kann doch nicht sein! Wir haben schon wieder nur 16 Simoleons bekommen. Oh mein Gott, Damon. Oh mein Gott, sein Tag ist auch richtig schrecklich. Oh mein Gott, ja, er stirbt auch schon wieder fast. Damon, geh mit rein. Einfach geh rein und bleib da. Was wünscht er sich da? Mit einem Schwarm plaudern. Okay. Aber er muss jetzt erstmal die Dusche reparieren, weil Kalia hat die nämlich kaputt gemacht. Crystal Eve hat Mareike getroffen. Du sollst aber nicht Mareike treffen! Die Paradiesvogelpflanze ist auch endlich weitergewachsen. Ach so, weil jetzt Frühling ist. Ach, wie schön. Und dadurch kriegen wir dann ja hoffentlich auch mal wieder ein bisschen Geld. Das wäre auf jeden Fall richtig toll. Wir werden das mal eben aufwischen. Ihnen nervt es wahrscheinlich auch, dass Kalia jetzt halt die ganze Zeit im Bett liegt und schläft und nicht mal dann irgendwie was sauber gemacht hat. Crystal ist auch aus der Schule wieder da. Und sie hat eine zufriedenstellende Leistung erbracht. Aber die Sunset Valley Junior High School Lehrer sind der Meinung, dass sie sich mit ein wenig zusätzlicher Arbeit schnell verbessern könnte. Und sie hat ein Schulprojekt mitgebracht. Und wir könnten ja sagen, sie ist jetzt aufgebracht, warum auch immer. Ach so, einfach so, weil sie ein Teenager ist. Wir können ja sagen, dass sie eben auch Isaiah und Tara kennengelernt hat in der Schule. Und die beiden zusammen, äh, die drei zusammen das Schulprojekt machen müssen und sich darüber kennenlernen. Finde ich sehr, sehr cool. Deswegen düsen wir da jetzt einmal hin. Ich glaube, genau, das ist die Familie McNeil. Habe ich die Namen richtig im Kopf? Isaiah, ja. Finde ich nämlich super geil, den Namen. Und Tara. Dann düsen wir da jetzt einmal hin und werden dann nämlich dort einmal das Schulprojekt machen und somit dann hoffentlich unsere neuen besten Freunde kennenlernen. Hier ist auch schon Tara. Ich habe ja schon gesagt, die brauchen ein kleines Sissium-Styling. Zumindest die Teenies. Also die sehen trotzdem super cool aus. Aber ihr wisst, ich habe da einfach eine Schwäche für. Ich spiele einfach noch lieber mit den Sims, wenn sie eben Sissi- und Sissium-Styling hatten. Die sind tatsächlich auch noch Preteens, sehe ich gerade. Sehr cool. Das hier ist also Tara. Wir geben hier jetzt nur so minimal, nur so ein Skin und vielleicht ein paar Lashes. Und dann vielleicht noch ein paar Augenbrauen. Süß! Ja, und dann passt das auch schon. Richtig süß. Oh mein Gott, süß. Süße Outfits, wollte ich gerade sagen. Oh mein Gott, das sieht ja auch richtig schön aus. Habe ich noch nie so kombiniert. Oh mein Gott, süß. Sehr, 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 sehr süß. Das ist also Tara. Und dann haben wir noch Isaiah. Oh mein Gott, auch so cool. Der kriegt jetzt auch noch ein Skin. Und ein paar Baby Lashes. Und dann vielleicht auch noch ein paar Augenbrauen. Und dann ist es fein. Okay. So, Deli. Der Hund ist ja auch mal so süß einfach. Boah. Oh mein Gott, I love it. Wir werden mal ganz kurz an die Tür klopfen, damit wir natürlich dann auch offiziell rein dürfen. Und guck mal, sie hat schon ein schlechtes gewissen Damon gegenüber. Wir werden dann natürlich das wieder regeln zwischen den beiden, dass sie wieder eine bessere Beziehung zueinander haben. Wow, EA. Oh mein Gott. Das ist einfach nur witzig. Okay. Dann gehen wir einmal hier schnell zu Tara. Es ist schon so witzig. Ich denke automatisch, wir dürfen ja nicht raus wegen der Sonne. Aber Crystal ist ja gar kein Vampir. Deswegen werden wir uns einmal jetzt hier schnell bei Tara in der Sonne vorstellen. Weil das ist gar kein Problem für uns. Oh Gott. Oh mein Gott. Großartig. Dass JD anruft. JD ist natürlich über ein Satellitentelefon. Deswegen kann sie nicht. Also wird das jetzt gerade nicht abgehört. Aber JD ruft an und sagt ihr, hey, ähm, Crystal, ich, wir haben ja unsere Leute überall. Du weißt, der Mann von Victoria, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Tja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, er ist ja bei der Polizei und er hat mir zugeflüstert, dass Damons neue Freundin wohl mit ihren Eltern telefoniert hat. Und naja, es ist nicht besonders gut für euch, wenn sie das regelmäßig tut. Und es könnte sein, dass sie herausfinden, wo ihr seid. Denn sie sagte, dass ihr in einem sehr warmen Bereich seid. Und dass es dort komisch zugeht. Und dass merkwürdige Leute in der Gegend sind. Und naja, es gibt nicht viele Orte auf dieser Welt, die diese Beschreibung enthalten. Deswegen, naja, ich wollte dich einfach nur warnen. Und vielleicht sagst du Damon auch nochmal Bescheid, dass er mit seiner Freundin reden soll. So, ganz kurz. Rede jetzt mal hier. Oh, Isaiah kommt direkt in Unterhose. Bist du Isaiah oder bist du der Vater? Ah, nee, ist es der Vater. Okay, alright. Oh, sie ist unsicher. Hey, Girl. Wir werden einmal mit ihr, weiß nicht, irgendwie lustig sein vielleicht. Wir erzählen ihr einen Witz. Ach, süß. Oh, mein Gott. Ich glaube, Crystal vermisst es auch, ein Haus hier zu haben. Irgendwann, Leute, irgendwann. Auf unserem Weg muss uns noch ein Tier begleiten. Das geht gar nicht anders. Ich meine, vielleicht ziehen wir ja irgendwann mal nach Brindleton Bay. Und dann ist da der ein oder andere Streuner. Ich weiß es ja nicht, ne? Dann werden wir mit ihr mal über unsere Interessen reden. Und werden einfach versuchen, auf andere Gedanken zu kommen. Weil sie jetzt gerade so super angespannt ist, was halt nicht so cool ist, um jemanden kennenzulernen. Also so kann man sich ja nicht von der besten Seite präsentieren. Aber Isaiah ist anscheinend auch irgendwo. Ach, er ist hier hinten. Oh, die haben einen sehr großen Pool. Oh, mein Gott. Wow. Wow, Crystal. Crystal. Die Crystal. Die Crystal. Die Crystal zeigt sich hier schon wieder von der besten Seite. Sie redet nur über das Flirten vor der Mom. Crystal reißt sich zusammen. Heide Witzker. Aber ich glaube, es ist jetzt wichtig, dass ihr zusammen das Schulprojekt macht. Hier, warum kann ich das nicht platzieren? Weil ich hier nicht wohne? Doch. Geht doch. Vielleicht machen wir das hinten auf der Terrasse. Dann können wir nämlich Isaiah dabei zugucken, wie er schwimmt. Nein, ich will ja jetzt hier nicht schon wieder was schon wieder prädestinieren. Vielleicht findet Crystal ja auch Tara gut. Oder vielleicht finden sie auch gar keinen gut. Und vielleicht sind die auch einfach nur Freunde. Wir werden beginnen, vorsichtig daran zu arbeiten. Und ich hoffe, dass wir dann Tara fragen können, ob sie mit uns daran arbeitet. Vielleicht können wir sie mal zu unserer Runde hinzufügen. Um Hilfe bei Projekt bitten. Oh, Crystal bekommt das Merkmal unverantwortlich. Und sie wurde zurückgestuft in der Theatergäber. Das ist halt so. Also da sind wir ja theoretisch nicht mehr da. Aber süß. Sie lernen sich jetzt so dann halt ein bisschen kennen. Das finde ich irgendwie richtig cool, dass die jetzt zusammen das Schulprojekt machen. Und ja, dadurch sie halt die Leute kennenlernt. Und ich finde, das passt einfach sehr, sehr gut in die Storyline. Und dass sie dann halt vielleicht irgendwie darauf kommen, ne, weil jetzt halt hier so komische Dinge rumfliegen und dann fragt Crystal, ist das öfters so, naja, mit dieser schlechten Luft und diese roten Flimmerdinger. Also sie sagt natürlich nicht, dass sie in einem Geheimlabor war. Aber Louis ruft an. Und er hat ein Väterchen Frosthut auf. Danke, Louis. Aber wir werden halt einfach mal so gucken, so ein bisschen uns rantasten und schauen, ob die auch irgendwie Sachen beobachtet haben. Wir reden über den bewirkten Himmel und damit meinen wir dann natürlich die Sporen, die in der Luft sind. Und, ähm, naja, werden ein bisschen jammern und einfach mal, oh, fand sie langweilig. Alright. Nochmal ein bisschen über die Interessen reden und einfach, oh shit, sie stinkt ja voll. Naja. Und einfach ein bisschen quatschen vom Lieblingsstar schwärmen, weil sie kriegt solche Sachen ja immer nur über irgendwelche Zeitschriften oder aus dem Internet mit. Und sie freut sich, glaube ich, einfach mal wirklich mit jemandem darüber reden zu können, der wirklich in ihrem Alter ist und nicht ihr Bruder ist und auch nicht die Freundin seines, äh, ihres Bruders ist und so weiter. Deswegen werden wir mal ein bisschen tratschen. Vielleicht können wir hier mal was von essen von den Würstchen. Das wäre schön. Voll schön hier bei der Family. Die Mom ist auch dabei. Süß. Oh, fertig. Großartig. Oh, äh, das war's dann wohl mit den Würstchen. Äh, ja, der Hund hat die Würstchen gegessen. Wir haben die Raumfahrttechnikfähigkeit erworben. Sehr cool. Naja, sie hat auch noch nicht so doll... Oh, ja, ihr geht's doch ein bisschen schlecht. Ich wollte gerade sagen, sie hat noch nicht so dolle Hunger. Deswegen ist das schon okay. Ich meine, wenn der Hund glücklich ist, bin ich auch glücklich. Aber wir werden dann jetzt noch mal ein bisschen mit, äh, Tara reden. Vielleicht können wir sie ja mal fragen, ob sie mit uns in die Wolken schauen will. Oh, wir haben irgendwas Blödes gesagt. Deswegen werden wir uns erstmal kurz entschuldigen. Und dann können die nämlich darüber ein bisschen philosophieren und quatschen nochmal und gucken, was Tara weiß und was Crystal weiß. Und dann merken sie schnell, dass sie auf einer Wellenlänge sind. Sie ist nämlich auch inspiriert von Crystals Gerede. Sie fühlt sich auch immer inspirierter. Oh mein Gott, sie hatte gerade einen Voicecrack süßen. Und ich hoffe, dass die Stimmung dann vielleicht gleich mal weggeht, damit sie dann nicht so gemein zu Tara ist, weil sie scheint wirklich eine richtig Nette zu sein. Ich meine, die haben super an dem Projekt zusammengearbeitet. Sie hat direkt ohne irgendwie zu meckern ihr geholfen. Deswegen ist das vielleicht, äh, ja, doch ganz schön, wenn sie eine Freundin findet. Dann werden wir nämlich jetzt auch mal mit ihr über Strangerville reden. Und einfach nur so sagen, ey, weißt du, ich, naja, ich war da in diesem Labor. Ich weiß, es ist illegal und ich weiß, man darf da nicht hin. Aber es hat mir keine Ruhe gelassen. Und da passieren Dinge, Tara. Du kannst es dir nicht vorstellen. Aber mehr können die jetzt auch nicht besprechen. Oh, ups, sie haben sich gestritten. Sie sagt vielleicht, oh, sie sagt vielleicht, Crystal, spinnst du? Da darf man nicht rein. Ich bin hier schon mein ganzes Leben. Und meine Eltern haben mir immer gesagt, dass man nicht in dieses geheime Labor und auch nicht in die Nähe gehen darf. Und du ziehst hier her und spazierst da einfach rein? Bist du lebensmüde? Und naja, dann gehen wir ja jetzt erst mal nach Hause. Aber sie kennen sich erst mal. Und jetzt war sie nämlich auch unsicher. Habt ihr das gerade gesehen? Richtig spannend. Super, super cool. Weil, ja, vorher fand sie das halt noch spannend, was Crystal so erzählt hat mit den Sporen und so, dass sie sich da halt auch für interessiert, weil sie sich sehr für Chemie vielleicht interessiert oder Physik oder keine Ahnung. Und dann hat Crystal eben erwähnt, dass sie einfach in dieses illegale Labor gegangen ist, also beziehungsweise in dieses geheime Labor. Und das hat ihr dann wieder nicht so gefallen, weil sie, weil sie sowas eben Angst macht, weil sie eben vielleicht nicht so abenteuerlustig ist wie Isaiah. Isaiah ist ja auch abenteuerlustig und Crystal ja auch. Finde ich sehr, sehr cool. Passt sehr gut. Aber jetzt gehen wir erst mal nach Hause und werden eine Runde duschen. Und dann werden wir mal schauen, ob wir vielleicht noch... Oh, ups, Tara ist jetzt mitgekommen. Naja, vielleicht war sie doch angetan von dem, was wir erzählt haben. Aber wir werden jetzt erstmal einmal duschen gehen und ganz kurz auf Toilette gehen. Und dann können wir in die Bar und werden mal schauen, ob wir an die... an diesen Scanner kommen. Damon hat richtig viel Spaß, wenn er mit seinen Pflanzen redet. Das ist so lustig. Guckt euch das an. So, jetzt geht es hier nämlich schon ein bisschen besser. Damon hat Level 4 der Gartenarbeitsfähigkeit erreicht. Und, naja, wir werden wieder mal Dinge tun, die unser Bruder Damon nicht so gut findet. Aber Crystal denkt sich, er ist eh schon abgefuckt auf mich. Was soll ich tun? Deswegen gehen wir ganz kurz in die Bar. Nur ganz kurz. Howdy. Was ist heute? Bärennacht. Hör mal, super. Perfekt. Weil wir sind ja auch... Wir waren ja auch sehr lange in unserer Bärenphase. Wir gehen mal zur guten Julia. Wir tanzen mal mit Julia. Na, Julia? Guck mal, wie gut es uns direkt geht. Wir werden uns natürlich erstmal freundlich bei ihr vorstellen. Und sagen ihr so, schöner Tag hier heute in StrangerVille. Es ist einfach... Oh, wir beschweren uns erstmal über alles. Es ist kein schöner Tag in StrangerVille. Wait, ist sie... Guck mal, sie sieht ein bisschen wichtiger aus als Julia. Oh mein Gott, Crystal hat jetzt auch Platzangst auf einmal. Wait. Oh mein Gott. Jemand ist in das Labor eingebrochen und es wurden Sporen freigesetzt. Wir werden sie mit unseren Infektionsscannern aufspüren. Habe ich jetzt auch einen? Nein. Okay, was muss ich tun? Wir fragen sie nach Sporen im Labor. Ich habe einen neuen Infektionsscanner. Der ist echt cool. Ich kann... Das sind Geheiminformationen. Aber vielleicht gelingt es dir, mich zu überzeugen, die einen zu geben. Mit Geld? Oh Gott. 750 Simoleons? Ähm... Imponieren? Hallo. Du hast einen wirklich schönen Hut auf. Und ich kann deine Frisur zwar nicht sehen, aber deine Frisur gefällt mir wirklich gut. Komm schon. Julia, ich will doch nur damit spielen. Ich bin doch ein kleines Kind, als ob ich damit irgendwas Blödes mache. Es interessiert mich einfach nur, was, naja, erwachsene Menschen so machen. Okay, es hat anscheinend nicht so gut geklappt. Ja gut, also irgendwie müssen wir jetzt an 750 Simoleons kommen. Aber, Leute, wir können doch hier, guck mal, wir können schon mal unser Schulprojekt verkaufen. Großartig. Wir können nur unser Fahrrad verkaufen, aber das wäre schon fahrlässig, ne? Und Spielzeug. Brauchen wir eh nicht mehr. Aber das können wir verkaufen. 221. Sehr gut. Oh Gott. Wie kommen wir denn jetzt an 750 Simoleons? Aber erstmal gehen wir jetzt wieder nach Hause. Jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, wie wir da dran kommen und was wir machen müssen, um den eben zu besorgen, diesen Scanner. Dass es mit so viel Geld verbunden ist, das kann natürlich keiner wissen. Wenn Damon wüsste, wofür wir unser Geld ausgeben, ne? Naja. Wir gehen jetzt erstmal schlafen. Oh, Tara ist immer noch da. Tara, vielleicht solltest du gehen. Geh mal nach Hause. Wir werden jetzt erstmal nochmal mit Damon streiten, weil er natürlich sauer ist, dass wir schon wieder einfach mitten in der Nacht unterwegs waren. Damon, weißt du, es ist mir komplett egal, was du mir sagst. Du hast mir nichts zu sagen. Du bist nicht mein Vater und du musst dich nicht immer so ausspielen. Du bist nur ein paar Jahre älter als ich und naja, du solltest dich erstmal darum kümmern, was deine Freundin hier eigentlich treibt. Und dann sagt er, was meinst du? Naja, Mom hat mich vorhin angerufen und sie hat mir gesagt, dass Kalea mit ihren Eltern telefoniert hat und sie abgehört wurde. Damon, sie gefährdet uns jeden Tag. Und naja, ich hab nicht das Gefühl, dass sie gerne hier ist. Vielleicht wäre es besser, wenn sie einfach geht. Und das will Damon natürlich überhaupt nicht hören. Oh mein Gott, guck mal. Wie schlecht ist ihm geht. Oh mein Gott, was haben die alles für Stimmungen. Oh, ich hasse es. Schwillender Groll. Betrübt. Verletzt. Oh mein Gott. Leute, das müssen wir wieder in den Griff kriegen. Das ist ja schrecklich. Aber Crystal haut sich jetzt erstmal Wut und Brand aufs Ohr und gibt natürlich Kalea für alles die Schuld. Oh. Warum das denn? Warum das denn jetzt schon wieder? Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Kannst du schlafen gehen? Einfach? Nein? Okay. Dann, ähm, ja. Müssen wir es wohl aushalten. Crystal? Crystal, was ist los mit dir? Crystal, bleib hier. Oh mein Gott. Wir versuchen sie jetzt nochmal wieder zur Besinnung zu bringen. Das hat ja beim letzten Mal gut geklappt. Oh no. Diesmal aber nicht. Oh mein Gott. Crystal, was hast du getan? Aber, weißt du, es ist mir egal. Du hast ja gesagt, du bist alt genug und du hast gesagt, du kannst dich um dich selber kümmern. Und ich muss niesen. Hat Damon jetzt vor lauter Wut den Mülleimer umgetreten? Sag mal, geht's noch? Heb die Mülltonne wieder auf. Okay, und Damon wird jetzt zu Kalia gehen und, naja, mit ihr leider auch ein bisschen streiten. Wir werden sie unter Druck setzen, nicht anzupassen, indem, also, wir sagen, du musst den Ball flach halten. Du kannst nicht einfach dauernd mit deinen Eltern telefonieren. Du wurdest abgehört, Kalia. Sie wissen nun vielleicht, wo ich bin. Wo Crystal ist. Und, naja, du verstehst vielleicht den Ernst der Lage nicht, aber du gefährdest uns. Dann werden wir sie nochmal abblitzen lassen und werden dir sagen, Kalia, ich glaube, es ist einfach irgendwie nicht das Richtige für dich. Ich habe das Gefühl, dieses Leben ist nicht das, was du dir vorgestellt hast. Und, naja, vielleicht ist es doch besser, wenn du zurück nach Hause kehrst. Oh mein Gott. Und sie denkt sich auch so gar keinen Bock auf ihn. Oh mein Gott. Okay, die streiten weiter, ohne dass ich irgendwas sage. Ei, ei, ei. Und Kalia geht jetzt erstmal ins Bett. Aber es hat auch nicht so viel mit ihr gemacht, ne? So, ja, sie ist verletzt und sie ist traurig. Es ist einfach irgendwie, keiner weiß so richtig, was richtig ist. Also, gerade ist es einfach nur belastend. Crystal rennt da hinten besessen rum und redet mit fremden Leuten. Und Damon, oh mein Gott. Oh mein Gott, guck mal, wie er duscht. Seht ihr das? Es ist so großartig. Oh mein Gott, Damon, Baby, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Man möchte auch gerne ein Date mit Kalia. Aber er weiß, dass das alles nicht das Richtige ist. Was möchte er noch? Acht Stunden auf einem Grundstück bleiben. Okay, Damon. Oh mein Gott, der Arme. Okay, Crystal ist wieder normal. Geh nach Hause. Und die beiden treffen sich hier draußen. Und ihm geht es auch ein bisschen besser, nachdem er geduscht hat. Und jetzt geht er zu seiner Schwester und sagt, Hey, Crystal, ich wollte mich entschuldigen. Es tut mir leid, dass ich vorhin zu dir, naja, so gemein war. Und ich weiß, ich bin nicht perfekt. Und ich weiß, dass das alles eine Scheißsituation ist. Und ich weiß, dass Kalia hier nicht hingehört. Und deswegen, ja, entschuldigen Sie sich dann wieder beieinander. Und finden hoffentlich wieder ein bisschen besser zueinander. Wir werden einmal Sie um Rat bitten und werden fragen, was sie davon hält, dass wir Kalia sagen, dass sie nach Hause zurückkehren soll. Und wir sagen ihr halt, dass wir ihr das gesagt haben. Und werden dann seine melancholischen Gedanken mitteilen. Sie ist natürlich mega genervt davon, dass er sie davon, ja, damit belastet und sagt, Hey, Damon, ich weiß nicht, warum du das überhaupt als Eventualität stellst, dass du sagst, vielleicht sollte sie nach Hause gehen. Damon, sie gefährdet uns jeden Tag. Sie sollte auf jeden Fall nach Hause gehen. Es kann sein, dass das FBI jederzeit vor unserer Haustür steht. Und, naja, du denkst darüber nach, dass es das Beste wäre, wenn sie geht. Naja, und dann werden wir vielleicht, warte mal, Crystal, Crystal, sei nett. Sei du mal wieder nett zu ihm. Wir werden uns jetzt entschuldigen. Damon, ich weiß, dass es für dich nicht einfach ist. Es tut mir leid. Ich wollte nicht so sein. Vielleicht solltest du noch eine Nacht drüber schlafen. Wie war dein Tag? Wir versuchen es einfach. Oh mein Gott, es ist die ganze Zeit immer wieder Minus, Minus, Minus. Das ist so schwierig. Naja, aber jetzt haben sie sich immerhin wieder... Oh nein, okay. Es ist halt immer noch sehr, sehr angespannt. Ihr seht das schon. Aber Damon hat auf jeden Fall Kallias Meinung, äh, Crystals Meinung. Schreibt das jetzt mal alles in sein Tagebuch. Er wird jetzt einmal über seinen Stress schimpfen. Und, ähm... Oh, sie hat sich etwas Neues überlegt, wie sie an Geld kommen kann anscheinend. Sie möchte Skulpturen herstellen. Das ist ja witzig, dass sie das jetzt von sich aus gemacht hat. Okay, hat sie das im Inventar? Crystal, das ist fantastisch. Okay, es gibt nur 20 Simoleons. Aber immerhin, auch Kleinvieh macht Mist. Aber guck mal, hier kann man noch was graben. Das werden wir mal kurz machen. Oh, sie hat eine Schatzkarte gefunden. Wait, dann machen wir das doch. Direkt bei dem nächsten Stein. Komm schon, gib mir irgendwas Wertvolles. Eine Kapsel. Ich weiß ja immer nicht, meistens ist es halt nicht so wertvoll, wenn wir sie aufmachen. Aber komm, let's go. Ah, natürlich. Oh mein Gott, es war gut. 130 Simoleons. Yay, Crystal, sehr gut. Guck mal, es wird immer besser. You are doing great. Ich weiß, du musst gleich zur Schule. Aber, oh, wir haben keine Hausaufgaben gemacht. Hey, sehr gut. Lebensziel in Gefahr, na, endlich. Oh mein Gott, ist er jetzt kokett? Warum das denn? Oh mein Gott. Ja, weil er sie... Oh. Er hat sie beim Schlafen beobachtet und hat sich gedacht, sie hat mein Herz gestohlen. Alles, was ich will, ist mit ihr zusammen sein. Aber er weiß halt auch, dass es nicht das Richtige ist. Aber, ja. Er muss einfach das alles in seinem Tagebuch niederschreiben. Das ist der richtige Weg. Oh mein Gott. Fantastisch. Kalia macht eine Phase durch. Sie hat eine gemeine Phase eingeläutert und ist fies zu anderen Sims. Oh mein Gott. Großartig. Hier, guck mal. Sie träumt auch davon, auf Fahrgeschäften am Pier Spaß zu haben. Sie möchte einfach wie ein normaler Teenager zu Highschool gehen, sich am Pier treffen und so weiter. Und nicht hier in Strangerville in dieser Bude hocken und, na ja, vor dem Nichts stehen. Also, sie hat keine Perspektive und sie merkt immer mehr, dass alles, was sie will, ist, nach Hause zurückzukehren. Zu ihren Eltern, nach Sulani. Na ja. Wir werden mal ganz kurz hier sterben. Damon? Vielleicht keine gute Idee. Aber ich wollte die Pflanzen noch ernten. Hat er jetzt nicht gemacht? Ach, weil er sich zu unwohl fühlt. Na toll. Ach, guck mal. Ihm tut das gut, dass er ins Tagebuch geschrieben hat. Seht ihr? Okay, sie plaudern. Ich beobachte die beiden jetzt einfach mal, was da passiert. Sie hat für sich etwas zu essen gemacht. Schlechte Qualität. Sie scheint aber nicht so großes Interesse daran zu haben, mit Damon zu reden. Oh mein Gott, wie lange nehme ich denn schon auf? Heide Witzka, wo ist denn schon wieder die Zeit hin? Sie hat gerade wieder gedacht. Oh, da war ein Flirt. Ich habe es gesehen. Da war ein kleiner Flirt. Ein kleiner Flirt war da. Ei, 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 ei. Aber ich glaube, mit dieser Misere werde ich diesen Part dann jetzt beenden. Heide Witzka. Ich glaube, für Damon ist es gerade die schwierigste Phase in seinem bisherigen Leben. Auch wenn er mit seiner Schwester auf der Flucht ist und so weiter. Aber er stand nie vor einer Entscheidung, die er treffen musste. Auch wenn er ihr jetzt schon gesagt hat, dass es vielleicht besser wäre, wenn sie nach Hause geht, hat er ihr jetzt natürlich am frühen Morgen wieder gesagt, hey, Kalia, oh mein Gott, schön, dass du hier bist. Und war wieder total liebevoll zu ihr und hat einfach gemerkt, dass er so starke Gefühle für sie hat. Und ja, es ist einfach super schwierig. Es ist super, super schwierig. Schreibt mir unfassbar gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt, wie es weitergehen soll. Und ja, ob Kalia uns weiterhin begleiten soll oder ob sie vielleicht doch lieber nach Hause zurückkehren sollte. Denn so wie es ist, kann es nicht bleiben. Crystal dreht völlig durch. Die Beziehung zwischen ihr und Damon war so gut, als sie Sulani verlassen haben. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, wie es gerade aussieht, das ist wirklich, wirklich traurig. Und daran möchte ich dann auf jeden Fall auch wieder arbeiten. Ich hoffe, dass sie wieder zueinander finden. Und ja, ich hoffe sehr, dass euch dieser Part gefallen hat. Ich hoffe sehr, dass es euch Spaß gemacht hat. Wie gesagt, alle Vorschläge und Ideen, die ihr habt, sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch dann jetzt noch einen wunderbaren, wundervollen Tag. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi.